Moin, zum ersten und zum ersten Rennen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Planet Coaster. Heute werden wir wieder weiter in unserem Park ausdekorieren und gucken, dass wir das hier so langsam, aber sicher mal, alles ein bisschen zum Abschluss bringen und ich würde sagen, nach dem Intro fangen wir auch direkt damit an. Viel Spaß! Ja, meine lieben Freunde, also es gibt hier noch ein bisschen was zu tun in unserem Park und wie ich ja gerade schon erwähnt habe, wir werden jetzt damit loslegen, dass wir hier so ein bisschen noch ausdekorieren und langsam aber sicher dann zum Ende unseres Parkes kommen, weil immer mehr Leute auch schon sagen, so ey Kevin, wir können es kaum noch erwarten, gib den doch jetzt endlich mal als Download frei und so und dies und das und ja, deswegen geben wir jetzt hier so ein bisschen Gas und gucken, dass wir mal so ein bisschen was in eine Pötte kommen langsam. Aktuell, wie ich schon erwähnt hatte, fehlt mir einfach die Zeit für die Timelapse. Ich lade so viele Videos hoch im Moment. Gestern alleine waren es ja auch schon wieder fünf Videos. Heute wird es eins weniger sein. Heute lasse ich mal eine Runde Legend ausfallen, weil ich da momentan immer nur dasselbe mache und ja, so ein bisschen auch auf den Patch warte, aber jetzt in Kürze beginnt ja sowieso ein neues Minecraft-Projekt, wo ich dabei bin und da habe ich dann auch wieder fleißig Content, den ich hochladen kann. Also müssen wir da auf jeden Fall mal schauen, dass wir jetzt so ein bisschen jetzt hier die Schraube aufdrehen und ein bisschen Platz schaffen für neuen Content, der auf meinem Kanal geliefert werden kann und wenn dann jetzt demnächst irgendwann, sag ich mal, noch ein Patch rauskommt, der noch mal ein bisschen mehr zu tun reinbringt in das Spiel hier in Planet Coaster, dann werden wir uns ranmachen und werden unseren Fantasy-Freizeitpark bauen. Da haben ja auch einige gesagt, finden sie eine coole Sache, wenn wir das machen würden. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, aber wie schon erwähnt in den vorherigen Folgen werde ich ein bisschen warten damit, dass erstmal ein neuer Continent-Spiel reinkommt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich denke mal, das macht dann einfach wieder ein bisschen mehr Spaß und gibt auch mehr Reiz. Man kennt ja jetzt mittlerweile alles so ein bisschen und deswegen gucken wir einfach, was wir jetzt hier noch machen können aus der ganzen Sache und dann werden wir mal schauen. Sehr schön, das sieht schon mal ziemlich schick aus mit dem Felsen hier. Jetzt gucke ich, dass ich hier noch so ein bisschen ein paar Gebüsche hier anbringe. Also hier und da kann man bestimmt noch an dem Park was machen, auch wenn ich den dann zum Download stelle. Der wird niemals komplett fertig sein, weil jeder von euch hat bestimmt noch Ideen, wo man Sachen hinpacken könnte, dass es am Ende noch mal einen Ticken geiler aussieht. Hier haben wir übrigens auch noch mal diesen Strandbusch, den könnte man gut nehmen. Dann kann man so ein bisschen runtersetzen, dann hat man hier so einen etwas größeren Busch, der so nach oben geht. Das finde ich eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall. So, und dann würde ich sagen, setzen wir hier auch noch mal so einen roten dran. Genau, sehr schön. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch so ein bisschen Blümchen reinbringen, finde ich. Sollten wir auf jeden Fall mal schauen. Ja, die setzen wir so schön nach unten, dass sie dann nur so gerade so mit diesen Blüten rausgucken. Ich finde, das sieht dann ein bisschen cooler aus, auf jeden Fall. Und dann kann man gucken, dass man die noch ein bisschen umfärbt. Ich würde sagen, dann nehmen wir so ein bisschen die lilane Farbe, die passt ziemlich geil da rein. Ja, hier machen wir so ein bisschen heller und dann machen wir hier wieder ein bisschen heller. Genau, da haben wir nämlich zwei helle und eine dunklere. Sehr schön, dann sieht die Ecke hier auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, hier ist echt, wie gesagt, ziemlich viel Platz noch. Da kann man gucken, dass man jetzt vielleicht von Szenarien, Bauplan, es gibt ja schon so ein Szenario, wo die gegeneinander kämpfen, Alien-Invasion oder so nennt sich das. Muss ich mal eben kurz raussuchen. Ich hatte das letztens hier irgendwo gesehen und hatte das mal mir angeschaut. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wo das genau war. Hier, die Ufos kommen, genau. Man könnte überlegen, das hier irgendwie mit zu verbauen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, hier so schräg passt das auf jeden Fall rein. Müssen wir mal gucken, dass wir hier dann je nachdem. So, zack, sehr schön. Und dann können wir nämlich jetzt hier drumherum das schön ausstatten gleich. Und das sieht doch ziemlich geil aus, oder? Ah, das sieht doch cool aus, wie die Aliens kommen. Sieht nice aus, gefällt mir wirklich gut. Ja, die Besucher laufen ja auch alle mit so Science-Fiction-Helben schon rum. Finde ich auch eine coole Sache. Ich finde, die sollten auf jeden Fall gucken bei Planet Coaster. Ich weiß gar nicht, ob das sogar vielleicht schon so ist. Ja, hier haben auf jeden Fall, einige haben hier, einer hat den Cowboy-Hut, aber viele haben hier diesen Space-Hut. Was ziemlich geil wäre. Ähm, es kann sein, dass das schon so ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn das Spiel automatisch trackt, wenn man mehrere, ähm, also wenn man mehr so Science-Fiction-Sachen in seinem Park verbaut hat, dass dann auch mehr Leute sich den Science-Fiction-Helm holen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Weil, ähm, ja, das wird dann einfach nochmal so ein bisschen, äh, das Ganze individueller gestalten, wenn man seinen Park so baut. Und wenn man das halt schön aufteilt, dass man von allem ein bisschen reinbaut, dann laufen die halt bunt gemischt mit den Helmen rum. Fände ich eine ziemlich coole Sache. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zuschreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, dann hauen wir hier noch so ein bisschen Felsen hin. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt da die gleichen nehmen die ganze Zeit, weil sonst sieht das natürlich dementsprechend irgendwann nicht mehr so cool aus. So, und dann hauen wir den hier hin, genau. Dann nehmen wir den hier, zack. Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall schon mal fein, fein, fein aus. Das kann man gut so machen. So, und dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Ah, genau, hier gibt es diese Blütengebüsche. Die können wir nämlich dann schön hier unten dransetzen. Dann sieht das auch ein bisschen doller aus hier. So, und dann müssen wir nochmal gucken. Dann gibt es hier ja noch dieses Strandgebüsch. Das würde ich gerne nochmal verbauen. Und zwar hier so an die Stelle, dass das hier so ein bisschen mehr Hochwuch hat alles. So, dann sieht das Ganze nämlich noch ein bisschen schöner aus hier. Gefällt mir wirklich schon sehr, sehr gut. Hier könnte man jetzt überlegen, ob man hier nicht sogar noch so ein bisschen bei denen auch noch Gebüsche hinstellt. Ja, so, dann machen wir die so ein bisschen weiter runter. Dann können wir hier nochmal eins hinstellen vielleicht. So, hier nochmal eins. Sehr schön. Und dann kann hier nochmal eins hin. Das Ganze hier so ein bisschen auch nicht so eintönig wirkt. Ja, also, das sieht ja hier jetzt ziemlich langweilig aus. Dann machen wir hier noch so ein bisschen Steine dran, damit das auch ein bisschen cooler wirkt. So, hat er hier so einen Stein schön davor sitzen. Genau. Dann könnte man überlegen, dass wir hier noch so ein paar umgekippte Bäume machen. So Tote, die durch die Schlacht jetzt quasi entstanden sind. Hier so einen kleinen, so. Und dann drehen wir den nämlich schön um. Können wir den hier so hin machen. Dann kann ich sogar noch Feuer da dran machen. Das wäre eigentlich auch eine geile Sache. Ich glaube, das würde sogar ziemlich cool aussehen, wenn wir hier so eine kleine, so eine kleine Feuerplatte nehmen und die dann da drunter setzen. So. Dann testen wir das mal. Ah man, das wirkt richtig gut. Haben wir hier jetzt so ein kleines Kampf-Szenario. Dann würde ich auch noch sagen, um das Ganze noch ein bisschen perfekter zu machen, stellen wir uns hier den Pinsel mal auf ganz klein. Dann machen wir hier so ein bisschen das Tangen. Das werden wir jetzt ein bisschen anpassen hier so. Genau, das sieht ziemlich cool dann aus. Dann ist das auch nicht so, dann ist das auch nicht so eintönig, ne. Also, das muss man immer, man muss ja immer so ein bisschen beachten, dass das auch cool aussieht irgendwo am Ende, finde ich. Das haben wir hier, Auto malen. Ne, machen wir hier so ein bisschen Dirt noch hin. Genau, dass die Fläche hier kaputt ist. Ja, das ist gar nicht so leicht, wenn man hier so eine große, offene Fläche hat, die irgendwie zu gestalten, dass sie cool am Ende aussieht. Und, ähm, dass sie nicht zu überladen ist, ne. Das ist immer so eine Sache. Äh, so. Dann hauen wir hier noch so einen Stein hin. Sehr gut. Ich glaube, das kann sich so sehen lassen, Leute. Mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Hm? Cool. Wie sieht es mit einer Bewertung aus? 24% zufriedene Gäste. Also, das ist schon echt ziemlich, ziemlich gut. Also, da bin ich echt, ähm, ja, finde ich ganz geil, dass das so läuft. Coole Sache auf jeden Fall. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Ähm, hier gibt es auch noch einiges auszubauen auf jeden Fall. Hier kann man auf jeden Fall auch noch eine Menge mitmachen. Würde sagen, hier hauen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie, ähm, irgendwas soll hier noch hin. Was kaputt ist oder so. Also, ja, genau. Wir könnten mal schauen, ähm, ob wir hier so einen, Moment, ne. Bauplan. Ach, ne, meine Baupläne muss ich gehen. Ob wir hier so einen hinknallen können. Ich weiß jetzt nicht. Kann ich den drehen? Ne, ne. Den kann ich leider nicht drehen. Ne, den kann man leider nur so drehen. Schade. Weil sonst hätte ich hier so einen umgekippten Roboter gemacht, der kaputt ist oder so. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir hier ein Raumschiff oder so. Das mache ich dann. Ja, das werden wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie. Alter. Ne, ne, ne. Nicht. Nicht die ganze Bahn da. Bitte. Mach das nicht. So, dann haben wir das einmal umgedreht, genau. So, dann drehen wir das nochmal so ein bisschen. Zack. Und dann kommt das hier so. Sehr schön. Dann haben wir hier so ein umgedrehtes Raumschiff. Und da würde ich nämlich sagen, lassen wir das auch mal ordentlich brennen hier, meine Freunde. Da werden wir jetzt mal ordentlich Dampf unter der Haube hier machen. So, zack. Und dann holen wir mal hier ein bisschen Elektrizität raus, ja. Machen wir mal hier an. Mal schauen. Okay. So, dann kommen hier überall Funken hin. Ja. Damit das Ganze natürlich ein bisschen realistischer wirkt. Ja. Hier schön Funken hin. Oh, da haben wir die Düsen. Ne, die machen wir mal hier. Schön, dass die kaputt sind. So. Und dann werden wir jetzt hier noch Feuer nehmen. Das kann man sehr gut nehmen als Spezial-Effekt. Ja. Ja. Sehr geil. Zack. Dann bauen wir das hier hin. So, dann müssen wir das noch ein bisschen drehen. Genau. Und dann kommt das hier was runter. Sehr gut. Und da können wir jetzt noch mal ein bisschen Qualm hin machen. Dann müssen wir mal schauen. Rauchstoß, mittel, rauchmittel, klein, groß. Sehr schön. Und dann kommt hier auch noch mal ein Rauch hin. Hier. Hier kann auch noch mal ein Rauch hin. Ja, Mann. Ja, Mann. Das sieht richtig nice aus. Wie so ein zerstörtes Raumschiff, was hier rumliegt. Also echt cool. Mir gefällt der Park schon richtig, richtig gut. Ja, hier oben muss ich noch auch anfangen mal aus. Ein bisschen auszuschmücken. Eigentlich wollte ich ja auch heute in der Folge so ein bisschen die Arbeitsbereiche meines Personals verwalten. Da wollte ich jetzt eh mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn aktuell mit den Attraktionen aus? Hier sind nämlich einige. Ja, Galaxy zum Beispiel. Komplett kaputt. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt hier Wartung anfordern. Ja, dass wir jetzt mal die ganzen Sachen, die kaputt sind. Ich fordere da jetzt einfach mal die Wartungen an, damit die repariert werden. Dann kümmern sich nämlich die Handwerker auch da drum. So. Wenn die so oder so schon aus sind, die Attraktion, dann sollen die gewartet werden. Und dann werden die wenigstens repariert. So, und dann kommen auch wieder mehr Besucher gleich rein hier. So, zack. Dann können wir hier auch die Wartung anfordern. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall hier noch das Ding fertig. Danach werde ich mich dann hier oben noch auf den Bereich konzentrieren, dass wir den fertig machen. Und dann würde ich sagen, bringen wir den Park so langsam, aber sicher zum Abschluss. Dann würde ich sagen, dann könnt ihr den Rest, wenn es euch gefällt, gerne auch selbst noch weiter ausschalten. Wie gesagt, ich werde mich auf jeden Fall mal informieren, ob man den irgendwie, ja, ob ich den irgendwie hochladen kann oder so. Wenn ihr davon schon ein bisschen Ahnung habt, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Eigentlich wollte ich hier so ein Tor hinbauen. Gab es nicht so ein Zeit-Tor? Das hätte ich gerne hier hingebaut. Da wollte ich jetzt mal gerade nachgucken. Ich meine, dass es hier so ein Zeit-Tor gab, was man bauen konnte. Aber das war, glaube ich, eher unter hier. Genau, unter den Szenarien war das, glaube ich. Ähm, ja, genau hier. Das wollte ich hier gerne hinbauen. Ich finde, das passt hier sehr gut hin. Schick, schick, schick. Sehr geil. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir hier dann drunter was ausbauen. Dass wir uns da was überlegen. Ich würde noch sagen, ist das ein Computer oder so? Nee, ne? Doch, hier ist einer. Da könnten wir super so einen Alien dran setzen. Das passt eigentlich ziemlich gut. Ja, wie gesagt halt, wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr nämlich gerne an dem Park weitermachen. Und wenn ihr wisst, wie das funktioniert, dass man den Park hochladen kann oder so, dann, äh, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil dann werde ich den natürlich euch hochladen. Ich würde sogar sagen, dass wir da nicht einen Alien nehmen, sondern dass wir da so einen, so einen Menschen einfach nehmen. So, das müsste eigentlich passen. Gucken, wie es aussieht. Ja, Mann, das passt sogar sehr, sehr gut. Nice. Sehr geil. Sehr schön. Das passt richtig, richtig gut. Ja, da müssen wir... Alter Schwede. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hier einen, äh... Was ist mit unseren Saubermännern hier? Kommt mal her, einer, bitte, ja? Also, ne, das geht so nicht weiter. Ich muss definitiv schauen, dass ich mein Personal mal ein bisschen besser einteile. Die kümmern sich hier ja nicht richtig gut um den Park. Das ist ja kein Wunder, dass hier niemand zufrieden ist. Alter, mach das mal bloß weg da. Aber stellen wir mal die Geschwindigkeit schön hoch hier, ne? So, Geld mach ich ja sowieso gut schon mal. Das ist nicht das Problem. Also, Gewinn macht mein Park definitiv noch. Aber alter, also... Ey, das ist ja... Das geht ja gar nicht so hier. Was ist denn da los? So, sehr schön. So, und dann sollten die Attraktionen auch nach und nach jetzt endlich mal repariert sein. Ich mein, gut, hier geht immer wieder was kaputt. Das ist normal bei so einem Park. Ähm, ich hab eigentlich noch nie dieses Ding hier im Einsatz gesehen. Jetzt seh ich's gerade. Also, das ist auch so eine Art Riesenrad. Okay. Geht, ne? Ist jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht. Also, so sehr unterscheiden sich die beiden Teile jetzt nicht in meinen Augen. Ähm, aber gut. Dann war's das von der heutigen Folge, liebe Freunde. Da haben wir heute wieder ordentlich was geschafft. Wir haben weiter ausdekoriert. Ja, ich werd dann gucken, dass wir im nächsten Part hier dann alles machen. Mal schön. Dass das hier nach und nach schön wird. Hier mit der Achterbahn. Da müssen wir noch die Blumen hinsetzen. Und, ähm, wenn ihr Ideen habt, was ich natürlich hier oben bei dem See machen könnte, könnt ihr mir gerne schreiben. Also, ich kann hier viel Gebüche und so hinknallen. Aber ich sag ja, für die Natur... Ich finde, hier fehlt einfach noch so ein bisschen... Also, für so eine riesen Fläche am Park, damit man das wirklich alles sehr vielfältig dekorieren kann, muss man entweder sehr, sehr viele Baupläne nutzen. Ihr könnt natürlich auch gerne sagen, ey, Kevin, äh, guck dir mal den und den Bauplan an. Ich werd selber mal gucken, ob ich im Steam Workshop noch so ein paar richtig, richtig coole Sachen finde, die man hier nehmen kann für diese Deko-Sachen. Müsste man mal schauen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal hier ordentlich Gas geben und das alles hier noch schön ausdekorieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Däumchen nach oben da und netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part von Planet Coaster wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!